alle Köln oder Loll okay die Hälfte der Sonne die eigentlich auch zur Gestaltung unseres Hauses nehmen ich sterbe Mama Rettung hier steht so aber steht nicht ganz ich weiß aber deswegen schon noch in der Lava verrückt hallo wasser ja komm noch hin ich verreck halb ist gut los weizen los und jetzt habe ich aufgehört zu verrecken und hast du noch erde jahr von 40 im aussehen hallo baum jetzt geht aber los hier wir haben schon über 1 der Kreuz oder das gut also wurden Plains aber wir haben 17 unverarbeitetes nur das so gut und wie geht die Minenarbeit voran ja auch ganz gut ich freue es mal den Sand ab und versuche dass kein Wasser hier unten reinkommt so hallo hallo höllengoräusch ich will mal irgendwas gucken zuerst um hier bin ich verrückt ja sieht nicht aus so ich will jetzt mal jemand gucken ich kann noch mal noch nie mehr chance anzeigen okay nein es ist nicht ganz oder es irgendwie anders naja egal so hallo nächster bom mensch die wachsen hier blöd ist so gut Prozent im Jahr im Gegend mit 10.000 Zettel es so gut je mehr den Sistum besser ja wir wollen ja auch irgendwann mal unser Haus bauen kann man auch so machen oder wir bauen das natürlich in die Höhe aber dann sieht man nichts mehr ne ja Mensch ich hab grad den Einbauung abgebohrt kommt der nächste Magie ich will mal sagen wenn wir mal ein Stackholz haben fangen wir an das auszubauen genau wir haben mittlerweile 6 und 20 gegründet worden wenn es so ist immer zu tun ich hab auch die ganze Zeit hier was zu tun und seitdem wasserstopfen die Wasserlöcher hier auch wenn mit leerem Magen aber ich frage mich aber echt wo der restlichen vier Kisten sein und ja warum ich bin nicht mal mit dem einen fertig geworden so da einen hin und zwar schiebe ich mal in die Betten für mehr Platz für Bäume für mehr Platz für Bäume ein Herz für Bäume was machst du denn da unten die ganze Zeit machen das Brot soll machen ich bin so ach ich wusste doch was warst du so dass sie noch Gold war ich hallo Lava okay da hinten ist nichts mehr ich glaube so man hat alles ungegraben ja ich verstehe nicht und die restlichen Truhen denn da muss ja das Höhlensystem nicht übertrieben riesig sein ja ich denke ich hätte die alle auf einem Haufen sind aber na das mit Sicherheit nicht das heißt wir müssen jetzt erstmal bauen 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 und anbauen und anbauen natürlich wir brauchen jetzt am Ende 10 Brot ich dachte 5 10 vor allem was mein Spitzakus kaputt war mein Spitzakus kaputt war ja jetzt meine auch kaputt gegangen nein oh wir müssen Partner in Bänden ja okay okay tschüss 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 okay jetzt leckt ein paar Minuten ein paar Minuten ein paar Minuten